Ein offenes Haus und ein Motto, das begeistern soll. Jugend lebt Stadt. So stellt sich Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostock den Start in das neue Jahr vor. Das Konzept mit dem Neujahrsempfang der Stadt Hannover für alle Bürger gibt es jetzt seit vier Jahren. In seiner Rede hebt Schostock den Wert von generationsübergreifendem Austausch hervor. Im Rathaus zu sehen, heute in allen Fluren und Sälen. Im Gartensaal zum Beispiel konnte beim gemeinsamen Kochen über die Stadt von heute und morgen gesprochen werden. Im Empfangsraum zeigt der Verein Politik zum Anfassen ein Walk-Act zum Thema Was ist jugendgerecht? Und die Cocktail- und Mixbar im Pressezentrum lehnt zum gemeinsamen Genuss von alkoholfreien Getränken ein. Alles in allem ein sehr abwechslungsreicher Abend. Drinnen heizen Breakdancer, Hip-Hopper und Beatboxer ordentlich ein. Vor dem neuen Rathaus sorgen Stockbrot und Feuertonnen für coole Stimmung.